Liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger, mein heutiges Thema für eine solidarische Bürgerversicherung. Für eine solidarische Bürgerversicherung anstelle von Privatkrankenkassen, das ist eine Forderung der Linken. Eine Krankenkasse, in die alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrem Status einzahlen. Das führt dann auch dazu, dass wir keine Zweiklassenmedizin wie derzeit mehr haben. Deshalb zur Bundestagswahl am 24. September 2017 Erststimme für Sören Pellmann, Zweitstimme für Die Linke.